3, 2, 1, let's go! Ciao Leute, was geht? Willkommen zu einem wunderbaren Video. Wir schauen uns heute was ganz Besonderes an und zwar, wie Evive damals hätte am besten abgetrieben worden sein. Meine Freunde, es ist wieder so weit. Evive hat sich wieder in eins meiner Erfolgsformate reingezackt. Wir schauen uns heute an, wie andere Leute massiv am failen sind bei Fortnite. Diesmal ist der gute Montana Black dran. Wir haben das letzte Mal schon bei Trimax gemacht und das hat massiv gut funktioniert. Deshalb würde ich sagen, schau ich als größter Failure in ganz Fortnite mir das Ding jetzt hier einfach mal an. Und Evive ist irgendwie auch dabei. Keiner und der lustige Lacher, aber mir kann der auch nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Let's go. Ich muss mich mal ganz kurz telefonieren. Ich hab mich nämlich mal vor 3, 4 Jahren in der Pornoindustrie beworben. Ah ja, Monte, Monte, ähm, Monte, 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 ich wollte eigentlich, Monte, Monte, ich wollte eigentlich nur Fortnite gucken, also. Ah ja, jetzt geht's hier los. Okay, hier haben wir Penny und Monte. Ah ja. Oh, der Reudiger, Alter. Der Reudige, der Reudige Move, Alter. Junge, das Monte ist so ein Mindgame, auch Spiel. Respekt an ihn. Ja, der fühlt gerade. Ja, der hat dann auch was für dich. Riechtiger. Guck mal, was soll denn das? Ey, guck mal. Ey, man, du bist... Der baut auf. Ja, warum baut der nicht? Die Trone kommt, du alter Esel. Ey, das ist genauso wie ein Papier. Richtige Affe. Und ich hab keinen Eelstraf. Jetzt läuft er. Der hat ein Lagerfeuer. Er hat ein Lagerfeuer. Er hat ein Lagerfeuer und Netz. Was machst du da, Monte? Bruder, da in dem Bild sieht er aber komplett fertig aus. Da muss man auf jeden Fall mal sagen, das waren die aktiven 4 Stunden Schlaf, die er da hatte. Jetzt bin ich schon wieder salzig. Jetzt bin ich schon wieder salzig. Ey, aber jetzt haben wir auch mal ganz kurz aufgeregt. Kann sein, dass Monte abgenommen hat. Auf jeden Fall hat Monte abgenommen. Safe, Digga, safe. Der ist der fiel dick aus, Digga. Ähm, okay, Lukas. Wow, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also nein, jetzt ist ein No-Front, aber... Ja, lass ihn... Ah, ja. Jetzt aktuell ist er doch dünner, oder? Warum kann ich jetzt hier nicht bauen? Egal. Okay, Monte? Monte? Ähm, okay. Ah, ja. Ja, oder ich weiß nicht. Klar, wahrscheinlich sind die ganzen... Pfff! Pff! 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 Ich könnte hier auch professionell bauen, aber dann gebe ich meine Posi-Preis und kriege direkt den Laser in den Koffer, Alter. Was ist da los, Junge? Warum muss ich bei dem sein? Da lacht ich immer lachen, Digga. Okay, ich spiele gleich mit Allotrix, Steely und New-Shooter kenne ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Das ist eine Tosi, Digga. Das ist Bella. Sag mal hallo zu Bella. Guck hier. Komm her. Okay, Carsten. Komm her, ja? Komm her. Bleib mal stehen hier. Kleine Schnorchel. Pff! 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 Du siehst ja meine... du siehst ja meine... meine Herkunft. Du kleine... Alles klar, Digga. Oh mein Gott, Junge. Monte, Monte, Monte. Schwieriger Clip, würde ich sagen, an der Stelle. Schwierig zu werten. Da muss man sich doch dreimal überlegen, ob man den tatsächlich jetzt drin lässt. Ich würde sagen, an der Stelle auf jeden Fall. Jetzt mal auf Korrekt, Revi. Du hast hier das topaktuellste Video rausgesucht, oder? Absolut. Das ist die Best of Hell 2018. Das ist rausgekommen 2019 tatsächlich. Nämlich vor fünf Monaten. Also, das ist ein Video. Das braucht's. Und das sind aber die einzigen Fondant-Fels, die ich von Montana Black gefunden habe. Deshalb, ähm... halt deine Fondant. Wir schauen uns jetzt weiter. Dein Schnorchel ist schon ganz steif, hä? Monte, was ist denn mit dir, Junge? Die Kissen hat eigentlich schon aufgemacht. Oh Gott. Der wird runtergebrochen, oder? Okay, Monte... Ach nee, Digga. Also, das war... das war wirklich ein starker Clip. Da kann man auch einfach mal sagen, das ist wirklich Potenzial für den Lost-Clan. Monte, behirb dich doch bitte, wenn du gepusht werden willst. Ich glaube, du hast es nicht nötig, aber vielleicht kannst du uns ja ein bisschen unterstützen. Aber das sind natürlich auch alte Clips, also Monte ist jetzt nicht mehr so bad, wie früher. Was denn da los? Junge, stell dir mal vor, er fällt jetzt noch runter. Oh mein Gott. Ich hoffe, die Feuerwehr kommt jetzt nicht, Bruder. Wie lahmarschig das ist, das ist doch... Ja, Junge, er hat auch seinen... Guck mal, der hatte schon vor mir, ist so schnell unten. Ja, aber das fand ich früher... Ohne Scheiß auch so. Wenn du vom Podcast kamst, da war es so viel schneller. Ja, das stimmt. Zum Beispiel. Monte? Monte? Okay, den Clip müssen wir auf jeden Fall drin lassen. Stark, stark. Ich schwöre, das ist mir nie aufgefallen. Shiftness, was? Shiftness, ja, shifty, shifty, ehren, Bruder. Da ist er früher immer gelandet. Oh Monte, oh nein, Alter. Digga, das hier schon so oft passiert war. Warte ich zu, nochmal ganz kurz einen Monte fällt. Guck auch mal. Und dann... Black. Ja. Du, da gebe ich das ganze doch nur einmal ein und für direkt 20 Videos. Echt jetzt? Ja. Hier, ich mach jetzt an. Was du jemals zu mir gesagt hast. Ich liebe deine Kuppel. Äh, Elotrix und Monte an der Stelle hier. Ach der. Auf deinen Medi, Alter. Carsten. Oh. Oh. Oh nein. Sag was liebes. Ach, da konnte man noch Tiefkills machen, oder? Sag was liebes. Noch zwei Jahre, dann kriegst du endlich Bartwuchs. Oh. 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 Hey, seit wann baut der so gut? Ja, ist ja nicht, nicht gerade schlecht, Alter. Stabil. Boah Junge, ich hab diese Waffe gehasst, ne? Ich hab die auch so gehasst. Digga, oh nein, oh nein, Monte. Oh. Oh. Ja, aber das war ja wohl am Anfang. Digga, er hat ja gebaut. Ja, ja. Okay. Auf geht's, Digga, auf geht's. Lauf, lauf, lauf. Oh. Mit CD zusammen. Oh, lecker. Machen sie ihn kill der, oder was? Weiß ich. Hä? Hä? Es kam einfach nichts raus. Loll. Hast du das gehört, Digga? Er hat mich richtig reingeblasen. Das hat sich so angehört. Nein. Was, hä? Oh. Hilfnis, Bruder. Ah Junge, auch ne geile Waffe gewesen damals. Boah, ich hab die nicht so gefeiert. Scheint einfach. Echt nicht? Oh. Was ist denn mit dem Gegner los, Alter? Ne, gut, er hat ja lange COD gespielt. Mhm, mhm. Da läuft. Ja, man kennt's. Er hat wiederbelebt, glaub ich. Ne, ne, ne. Sicher? Ja, ja. Jetzt vor mir, jetzt genau vor mir. Boah, der fährt sich selber weg oder so. Ja, safe. Oh, starker Hit, Digga. Oh, Monte. Der hätte aber sitzen müssen. Oh, der One Pump seinen Vater, Junge. Oh, du so. Digga, das war der One Pump seines Vaters. Oh, Sniper, Digga. Schmerzhaft, Bruder. Boah, Digga, das ist so anlasster, wenn man so lucky Hits kriegt. Oh, oh, Bruder. Oh, meinst du? Ich, 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 ich seh kann. Ja. Oh, Monte, Digga, uuuh. Digga, ja. Flexend. Heftig, Bruder, heftig. Hahahaha. Ich hab das abgekauft, Digga. Deiner dicke Hits, der, äh, schwarze Hütter. Oh, Monte Standard Skill, das kann auf jeden Fall nur was werden. Schwarze Hütter ist runtergefallen. Ja, heißt ja nichts, der ist ja nicht tot. Komm, gib ihm. Ah ja, stark. Ja. 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 Oh. Und jetzt schön hier mit der dreifach, mit der, mit der P90. Boah. Ähm, okay. Ey, die Waffe fehlt mir auch so hart, ne? Loll, Digga, was war das denn? Ich bin direkt neben ihm, Digga. Der arme, Alter, dachte ich auch, er könnte einfach durchziehen. Schade, Mann. Ich war genau neben ihm. Schade, schade, schade. Aber man kennt diese Momente, wenn man, wenn man muss, man muss. Hier ist noch ein Bigness. Da steht hier noch ein Bigness bei mir drinnen. Ehre. Oh. Uh. Ja, Moin. Alles klar. Gut. Will da jetzt auch noch jemand laufen? Also, ich weiß ja nicht, was... Digga, warum baut Stil nicht einfach das Ding ab? Was ist denn jetzt? Alles klar. Ja, Mann. Hä? Oh, ich lief, Digga, wenn man immer so rumrennt. So zwei, drei kleine Mini-Schritte, Digga. Dreifach Salve, Ja, Moin. Man kennt ihn, dreier Headshot. Was für Fortnite-Bahn. Was für Cheaten, Alter. Junge, er kann ihn ja nicht hitten. Hä? Was? Der Laser hat geschmeckt, an der Stelle. Kann man nicht anders sagen? Mit der End, Digga, was war... Das war... Das war lächerlich. Hä? Hat er gesappert? Ja, hat er. Die sind im Stream, die sind hoffentlich sieht's keiner. Ähm. Oh nein. Nicht schon wieder. 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 Lol! Oh, Ehre. Da, Digga. Edit, edit, edit. Schnelles edit, schnelles edit. Lol. Oh, er hat noch richtig kassiert. Das war... Anders. Was? Der war weg. Oh, dieser Seilbahn! Ich lege noch! Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Jetzt wieder? Safe! Bring! Oh! Ey, das halte ich so oft, oder? Die Frage. Warum bin ich denn davon runtergefallen? Mit dieser Kippe im Maul auch noch, Alter. Oh mein Gott, Junge. Das ist eins zu eins in Monte Stream zusammengefasst. Wann, den kannst du droppen auf Kampf? Achso, ja. Ehrenlos. 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 In solchen Momenten, wenn ich sowas mache, ich krieg immer einen Karma-Schelle-Headshot, weißt du? Normal. Junge, Junge, Junge. Ich hab nur noch vier und fünf zur Position. Komm her, Monte. Oh mein Gott, er macht RBG. Die Schelle des Todes, Alter. Och, Bruder. Ich hasse so Leute. Unter mir, unter mir. Jetzt mit Madcat hinterher. Oh, oh. Ich hab ihn genommen da unten, er hat mich mit RBG noch geholt. LOL. Aber er hat ihn. Ja, Digga, das passiert, er schießt ja vorher quasi. Ey, so rollig. Guck mal, wie er da hochklettert. Sein teammate kommt hier vorne. Stehli. Er belebt ihn auch, er belebt ihn auch. Warte. Ja, warte. Hol die Leute hin. Jawohl. Oh. Super. Nice, Alter. Die Ehre. Der teammate ist aber auch maximal dämlich gewesen, oder? Wieso hat der nicht geschossen? Leute, keine Ahnung, Alter. Schaut euch auf jeden Fall den Rest des Videos auch nochmal an. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ich bin damit raus. Und Grüße gerade an Monte, den Ehrenbruder. Lasst auf jeden Fall ein Daumen nach oben da. Und nutzt auf jeden Fall den Creator-Code. Geht nochmal Level oder gewinnt es halt. Aber bloß nicht geweif. Hör den uns. Hör den uns. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.